Willst du das hier? Langsam. Er hat uns ein Hindernis aus dem Weg geräumt. Seine destruktiven Tendenzen sind doch hilfreich. Was willst du von mir? Du hast doch schon mein Geld! Nicht, dass ich darauf irgendeinen Wert legen würde. Du würdest mir ja leid tun, wenn du nicht ständig nach mir grabschen würdest! Seine destruktiven Tendenzen! Untertitelung des ZDF, 2020